Der Bus kommt heute pünktlich. Der Bus verkehrt, an Werktage, jede Stunde und an Sonnen. Der Chef Der Chef den faulen Mitarbeiter, entlasse. Der Chef den unzubeilässigen Mitarbeiter Der Chef den Vorschlag des Mitarbeiters, übergehe. Der Chef fragte an. Der Chef ist sehr kleinlich. Der Chef ist von, das Fachwisse des Mitarbeiters überzeugt. Der Chef nimmt seine, engst Mitarbeiter zu der Tagung mit, über. Der Chef ruft in seinem Büro an, ich komme erst einen Tag später von der Konferenz in Rom zurück. Der Chefarzt ist nicht nur, dem Personal beliebt. Der Chorleiter sang bei der Chorprobe jedes neue Lied vor. Der Computer meines Neffen ist kaputt. Der Container hat ein Volumen von. Der Dachdecker auf das Dach, steige. Der Dachshund growls at the chimney sweep. Der Dackel knurrt den Schornsteinfeger an. Der Dachshund lange in seinem Körbchen unter dem Küchentisch. Der Dachshund sitzt in his little basket under the kitchen table. Der Dachshund sitzt in seinem Körbchen unter dem Küchentisch. Der Dachsund bricht an der schwächsten Stelle. Der Deutschlehrer den Übungstext aufseigte. Der Dachstück. Der Dachstück hat zugegeben. Der Dachstück in der Nacht. Der Dieb schleicht leise um das Haus. Der Dieb verhaftet den Polizisten. Der Direktor begrüßt den neuen Mitarbeiter. Der Dirigent wurde mit Beifall gefeiert. Der Dollarkurs, schon wieder. Der Dozent spricht laut. Der Dozent wurde, häufig unterbrochen. Der dunkle Eingang beleuchtet das helle Licht. Der Text, to be read, is very interesting. Der durchzulesende Text ist sehr interessant. Der Ehemann einer, gut, bekannt, hat sämtliche, neu, Bücher von H. Der Eimer, in den Brunnen, falle. Der Einbrecher Der Einbrecher Die Einbrecher nutzte es aus. Der Einbrecher schlug in der Dunkelheit das Fenster des Wohnzimmers ein. Der Einbrecher Der Einbrecher versteckte sich vor der Polizei in dem nahegelegenen Wald. Admission costs Der Eintritt kostet Der Eintritt kostet Der Wein man, a beauty treatment Der eikle Mann, sich einer Schönheitsbehandlung Der erste ICE am frühen Morgen fährt Basel-Mannheim. Der erste Weihnachtstag in diesem Jahr fällt auf einen Sonntag. Der erste Zug von Frankfurt am Main nach Berlin soll am Montagmorgen häufig über. The first Der ersten The express train from Oslo has changed today. Der Expresszug aus Oslo hat sich heute um.